Ja Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier zu meinem Infovideo rund um den LS19. Es ist wieder ein Dev-Blog veröffentlicht worden von Sightens Giants, eben ein offizieller Dev-Blog wieder. Der dritte ist das jetzt schon für den Landwirtschafts-Simulator 2019 und dieses Mal dreht sich alles um die neuen Fruchtsorten und um die Ungraubbekämpfung. Wir haben hier einen offiziellen Text dabei, den lese ich euch ganz kurz vor. Ja, willkommen zurück zu den Dev-Blogs für den Landwirtschafts-Simulator 2019. Heute werden wir über neue Pflanzen im LS19 sprechen, sowie über das neue Unkrautbekämpfungssystem und alle neuen Fahrzeuge, die an diesen Prozessen beteiligt sind. Also wirklich schon eine sehr, sehr schöne Einführung. Es sind auch sehr, sehr viele Screenshots veröffentlicht worden. Die schalte ich einfach immer wieder weiter, wie sie eben zum Text passen. So, wir legen los. Zwei neue Fruchtsorten finden sich auf den Feldern des LS19. Die erste Pflanze ist Hafer. Hafer ist zwar nicht unähnlich mit anderen Getreidesorten in der Art und Weise, wie sie angebaut werden. Aber sie haben eine einzigartige Eigenschaft. Sie werden verwendet, um eure neuen reitbaren Pferde zu füttern. Solltet ihr also eine Pferdezucht anstreben, werdet ihr Hafer brauchen. Ja, das ist schon einmal eine recht schöne Information. Die haben wir aber schon gewusst eben, dass Hafer eben mit drin ist und warum eben Hafer dazugekommen ist. Weil eben die Pferde Hafer dann als Futter eben benötigen. So, wir schauen weiter zur Baumwolle. Das ist übrigens eben der John Deere Drescher, der hier eben gerade Hafer drescht. Eben darum das passende Screenshot-Bild natürlich dazu und im Hintergrund natürlich die Pferde. So, wir schauen weiter. Wie man sieht, wir legen bei der Baumwolle los. Baumwolle ist die zweite neue Pflanze und verfügt über eine eigene Erntemaschine. Den Käse Modula Express 635. Einmal geerntet, schafft der 635 einen großen Baumwollballen, der auf speziellen Anhängern transportiert werden kann. Das haben wir ja das letzte Mal schon gesehen in diesem Erntevideo, das veröffentlicht wurde, wo ich auch ein Infovideo gemacht habe. Da hat man es gesehen, wie der große Baumwollpack oder der Baumwollballen, der dieser rechteckige, eben ausgeworfen wurde aus der Maschine. Und dann hat man ihn mit einem anderen Gerät, mit einem Auflieger besser gesagt, hat man den dann weg transportieren müssen. Die Anhänger der Marke Lizard sind in zwei Größen erhältlich und ermöglichen den Transport von einem oder zwei Ballen auf einmal. Also wir haben zwei verschiedene Anhänger, einen kleinen eben für einen Anhänger und einen größeren dann noch für zwei Ballen praktisch in einem. Dies macht Baumwolle zu einer bedeutenden Investition in Ressourcen, die sich aber finanziell lohnen werden. Also wir müssen zuerst natürlich in die Geräte sehr sehr viel Geld investieren, aber die Baumwolle, schätze ich auch einmal, wird dann im Verkauf wirklich recht gut sein. Also die wird man gut verkaufen können, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Zusammen mit diesen neuen Pflanzen finden eine Überarbeitung der im Spiel verwendeten Symbole statt. Obwohl es sich um eine geringfügige Änderung handelt, werden diese Symbole verwendet, um den Nutzen eines Fahrzeuges anzuzeigen. Ihr solltet sie also besser kennen. Wir schauen weiter, wir haben eben diese neuen Symbole, wir werden sie kurz durchgehen. Was die neuen Symbole bedeuten, sie sind auf Englisch, ich werde es gleich auf Deutsch eben sagen. Wir sehen hier gleich am Anfang natürlich Weizen, dann haben wir Gerste, dann haben wir eben die neue Fruchtsorte Hafer dabei. Das vorletzte ist dann eben Raps, dann haben wir Sojabohnen, dann haben wir Mais, Sonnenblumen, dann haben wir ebenfalls wieder die neue Fruchtsorte Baumwolle, dann haben wir noch Zuckerrüben und dann haben wir noch Kartoffeln. Wir schauen weiter zu den nächsten Symbolen, besser gesagt, da haben wir dann noch das Zuckerrohr, den Ölrettich, dann haben wir noch das Gras, Rundballen, Quaderballen, dann haben wir natürlich gemähtes Gras, Heu, Stroh, Silage und Häckselgut. Es geht weiter natürlich zu den Anbausymbolen, besser gesagt, wir haben hier Saatgut, dann haben wir Herbizide natürlich für die Unkrautbekämpfung, schauen wir uns gleich an. Dann haben wir natürlich noch Flüssigdünger, dann haben wir Kunstdünger, dann haben wir, das letzte ist dann die Gerreste von der Biogasanlage, dann haben wir Kalk, wir haben dann noch Mist, wir haben Gülle und wir haben dieses Forage Mixed. Das ist eben die Sache, die es im LS17 schon gegeben hat. Eben das ist, wenn man Futter, wenn man es bei der Futtermischanlage oder besser gesagt im Futtermischwagen für die Tiere, Futter mischt eben aus diesen drei Komponenten, Gras, Heu, na Gras, Stroh und Silage, so war es. Und wenn man die Mischverhältnisse nicht richtig einhält, dann bekommt dieses Forage Mixed heraus. Also das ist eine vermischte Version eben von dem Mischfutter, besser gesagt, so fasse ich das auf jeden Fall einmal aus. Und das letzte ist dann das Mischfutter eben, jetzt sage ich schon Fischfutter, Mischfutter natürlich für unsere Kühe. Also das vorletzte Symbol dieses Mixed, das glaube ich persönlich, klärt mich da sonst in den Kommentaren auf. Aber soweit ich das weiß, ist eben dieses Forage Mixed das Mischfutter, das eben nicht ein richtiges Mischfutter geworden ist, weil eben irgendein Anteil der verschiedenen drei Komponenten nicht richtig ausgewählt war oder besser gesagt von der Menge nicht gepasst hat. Wir schauen dann weiter. Wir haben dann noch Wolle mit dabei, wie man sieht. Wir haben dann Milch natürlich dabei, Eier dabei. Wir haben dann das Schweinefutter, das Wasser ist dann noch dabei. Wir haben Schafe, Kühe, Hühner, Schweine und natürlich die Pferde. Also diese Tierarten sind dann mal mit dabei. Die drei Stand- oder vier Standardtiere eben und die neun, die Pferde, die noch dazugekommen sind. Ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr, ja, weltbewegendes dabei, irgendetwas Aufregendes dabei. Die Symbole generell, wir schauen noch einmal ein bisschen zurück, finde ich eigentlich die anderen, habe ich persönlich lieber gehabt. So erkennt man, ja, ich weiß nicht. Eigentlich sind mir die anderen schon so gewohnt, kommt mir vor, dass das wieder etwas komisch ausschaut, dass zum Beispiel mit dem Heu, mit dem Stroh, das ist wirklich sehr, sehr leicht zu verwechseln. Auch mit dem Gras, mit dem Gemähten, also da hätte ich mir schon gewünscht, wenn das ein bisschen besser unterteilt gewesen wäre. Aber ja, soweit ist das ja weiter nicht schlimm. Wir schauen auf jeden Fall weiter. Wir gehen dann in den Wald. Wir haben auf jeden Fall hier dann Hackschnitzel. Wir haben dann die normalen Bäume. Wir haben dann als Vorletztes, das sind diese, wie heißen die, die man eben mit diesem Häcksler häckseln konnte. Jetzt fällt es mir nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, habe ich fast gar nicht genutzt. Darum weiß ich es auch nicht. Bubblen, genau, Bubblen waren das, die man eben anbauen konnte, normal mit der Sämaschine, glaube ich. Und die konnte man dann mit einem speziellen Schneidewerk, konnte man die dann ernten. Also die sind auch wieder dabei, Bubblen, und wir haben dann noch zu guter Letzt natürlich den Diesel. Das Symbol ist übrigens gleich geblieben, soweit ich weiß. Ja, was soll man da auch groß anders machen? So, wir schließen das Thema ab. Schließlich gibt es noch eine weit weniger nützliche Pflanzenart, das Unkraut. In unserem neuen Unkrautbekämpfungssystem beginnt das Unkraut zu wachsen, wenn ihr die Pflanzen aussieht. Sie sind auf dem Feld gut sichtbar und haben mehrere Wachstumsstufen. Unterteilen sich aber generell in Jung und Alt. Junge Unkräuter in den ersten beiden Wachstumsphasen sind leichter zu entfernen, da nur ein Striegel benötigt wird. Deshalb solltet ihr eure Felder regelmäßig überprüfen und dementsprechend handeln. Also, es gibt auch bei den Unkräutern, ich glaube, vier Wachstumsstufen. Die ersten beiden sind noch mit dem Striegel zu machen und die nächsten beiden müssen wir dann eben mit der Spritze entfernen. Sobald das Unkraut zu altern beginnt, wird es problematischer. Sind sie erst einmal gewachsen, benötigt ihr eine Spritze, um sie zu entfernen, was die Ausrüstung teurer macht. Daher wird sie den Nachgebrauch wieder aufgefüllt werden müssen. Einmal gekauft kann man diese Spritze aber auch bei jüngeren Unkräutern und zur Düngung von Feldern eingesetzt werden. Also, wir können die Spritze dann nicht nur zur Unkrautbekämpfung benutzen oder besser gesagt einsetzen, sondern können damit auch unsere Felder natürlich düngen. Wir müssen dann natürlich Flüssigdünger einfüllen und das Herbizid werden wir dann raus machen können. Ob wir das wieder zurück in einen Tank füllen können, das weiß ich nicht. Das wurde auch nichts gesagt darüber oder ob man das Herbizid dann einfach ablassen muss oder ob man dann den Dünger einfach drauf füllen kann. Und er wird praktisch umgeändert, so wie es im LS17 oft bei den Gras- und Heuballen beispielsweise war. Oder wenn man Stroh gepresst hat, dass man dann, wenn man Gras gepresst hat, dass das Heu oder das Stroh, das noch in der Presse war, dann automatisch zu Gras wurde. Wie das ganze Hand gehabt wird, weiß ich leider noch nicht. Wir sehen hier auf jeden Fall diese Feldspritze, die man schon sehr, sehr oft gesehen hat, wo wir eben die Unkräuter dann entfernen können. Die ganz, ganz alten natürlich, die ausgewachsenen und wir können damit aber auch, wenn wir diese Spritze einmal haben, auch die jüngeren Unkräuter natürlich gleich behandeln. Wenn ihr das Unkrautproblem nicht löst, bevor die Pflanzen erntereif sind, wird der Endertrag des Feldes um 20% reduziert. Faulheit ist eben teuer. Wir erwarten, dass das Unkraut eine zusätzliche Herausforderung speziell für Spieler bietet, die das Spiel im neuen von Beginn an Modus angehen. Also abschließend eben für diese Spieler wird es eben noch um ein ganzes oder noch um ein vielfaches schwerer, wenn man beispielsweise nicht gleich in die Unkrautbekämpfung investiert. Von Beginn an des Spiels, dass man eben Ertragseinbußen haben und eben dann das benötigte Geld natürlich nicht bekommen für die Ernte. Als wenn man das Ganze bekämpft, bekommt man eben um 20% mehr Ertrag. Also das ist schon eine riesengroße Hausnummer, 20% vom Ertrag. Also das sind dann schon einige tausend Euro, die uns da abgehen. Also wenn man den Spielmodus eben speziell für diesen Spielmodus von Beginn an des Spiels, es wird ja diese verschiedenen Spielmodus geben. Und wenn man den dann wählt, dann sollte man hier unbedingt natürlich aufpassen, dass man hier von Beginn an auf die Unkrautbekämpfung achtet. Also das schreiben die als so Art Dip noch einmal ein bisschen mit rein, kommt mir vor. Also auf jeden Fall eine interessante Sache. Hier haben wir noch einen zusätzlichen Screenshot. Da sieht man diese Wachstumsphasen, diese vier Wachstumsphasen. Hier beispielsweise vom Baumwolle eben. Hier wurde wahrscheinlich gleich das Unkraut entfernt, da man hier eigentlich kein Unkraut von Beginn an sieht. Also hier wurde wahrscheinlich mit dem Striegel das dann gleich gemacht. Ob man das Unkraut ausschalten kann, wird auch nichts erwähnt momentan. Ob das geht, dass man das Unkraut wegschaltet, weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass man das ausschalten kann. Oder vielleicht funktioniert das auch nicht. Also das weiß ich jetzt soweit nicht. Aber auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr schöner Dev-Blog geworden. Also wirklich umfangreich und sehr, sehr schön gestaltet. Sehr, sehr schön gegliedert. Also man kennt sich hier wirklich perfekt aus. Als Schlusssatz haben Sie noch dabei, das war es für heute. Der nächste Dev-Blog wird sich um die Charaktererschaffung befassen. Also wir haben das nächste Mal dabei. Es wird natürlich wieder einen Dev-Blog geben. Das wird jetzt hier schon angekündigt. Aber das haben wir natürlich auch erwartet. Und das nächste Mal wird es um die Charaktererschaffung gehen. Also besser gesagt um die Gestaltung von unserem Charakter. Den können wir ja jetzt Hüte aufsetzen, Brillen aufsetzen und den Charakter einfach besser gestalten. Das wird im nächsten Dev-Blog sein. Ich hoffe, euch hat natürlich auch dieses Video gefallen von LS19, vom dritten Dev-Blog. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.